Hallo, guten Tag. Ja, eigentlich müsste ich ja Deutsch sprechen, denn ich komme aus dem Kamerun. Und Kamerun war früher von den Deutschen kolonialisiert, sodass ich eigentlich Deutsch sprechen müsste. Aber leider sind danach noch die Franzosen gekommen und jetzt ist also Französisch meine Sprache. Ich bin also François-Romeo Ntamak. Ich bin also François-Romeo Ntamak. Ich bin eigentlich kamerunischer Staatsbürger und lebe jetzt seit sieben Jahren in Mali. Und heute bin ich Berater, was Transitmigration betrifft. Und ich werde von verschiedenen Universitäten eingeladen, Vorträge zu halten über das, was wir als Transitmigration bezeichnen. Und das wurde ermöglicht durch meinen Mut und durch die Ausdauer, durch die ich an meinem Vorhaben arbeite. Denn vor acht Jahren war ich eigentlich dem Tod geweiht, muss man schon sagen. Ich bin nämlich einer der Überlebenden der Ereignisse von Ceuta und Melilla im Jahr 2005. Ich gehöre nämlich zu den 5.000 Menschen, die im September 2005 versucht haben, die Barrieren von Melilla einzudrücken und zu überwinden, um nach Spanien hineinzukommen. Ich werde Ihnen jetzt einen Vortrag halten, der in drei Punkte gegliedert ist. Zunächst werde ich von meinem eigenen Parcours, also von allem, was ich im Verlauf meiner eigenen Migration erlebt habe, berichten. Und auch von der Schwierigkeit, eine Vereinigung von Migranten dann in Mali zu gründen. Und mein zweiter Punkt wird sein, die EU-Politik in Bezug auf die Verschiebung der Außengrenzen der EU und die Konsequenzen, die das mit sich bringt in den sogenannten Transitländern. Und mein zweiter Punkt wird sein, die EU-Politik in Bezug auf die Verschiebung der Außengrenzen der EU und die Konsequenzen, die das mit sich bringt in den sogenannten Transitländern. Und mein letzter Punkt wird sein, ein Bericht über die Transitländer und insbesondere die Situation der sogenannten Transitmigranten. Ich bin 2003 aus meinem Land fortgegangen, also ich 15 Jahre alt war, aus dem Kamerun. Und ich war zusammen mit meinem älteren Bruder Patrice, mit dem ich jetzt auch in der Vereinigung der Abgeschobenen arbeite. Wir hatten damals kein Geld für Flugtickets und wir hatten auch kein Geld für Visa. Und deshalb haben wir beschlossen, die afrikanischen Länder zu durchqueren, bis wir Marokko erreichen würden. Und fast ein Jahr lang sind wir dann durch Nigeria, Benin, Togo, Niger, Algerien hindurch, bis wir schließlich Marokko erreicht haben. Und fast sieben Monate lang haben wir in den Wäldern von Korogo an der marokkanischen-spanischen Grenze übernachten müssen. Und im Jahr 2005, im September, mit mehreren tausend anderen Migranten, haben wir versucht, diese stacheldraht bewährten Abgrenzungen in Milila zu überwinden, um nach Spanien hineinzukommen. Wir hatten kein Glück, wir sind nicht durchgekommen. Und wir sind dann nach Marokko, wir mussten nach Marokko zurück, in Marokko bleiben. Und man machte damals in Marokko, unterstützt von der EU, regelrecht Jagd auf schwarze afrikanische Migranten in Marokko. Und zu jener Zeit wurden also alle schwarzen Migranten, die aufgegriffen wurden in Marokko, von der EU-M zurückgebracht in die Ursprungsländer, in die Herkunftsländer. Nach zwei Monaten etwa war es damit vorbei. Man hatte kein Geld mehr, um die Leute aus dem Kamerun zurück in den Kamerun zu bringen und so weiter die Afrikaner zurück in die Herkunftsländer zu bringen. Und deshalb ging man also dazu über, die übrigen Migranten einfach in die Wüste zu bringen und dort zu lassen, und zwar an der marokkanisch-algerischen Grenze. Und diejenigen, die versuchten, nach Algerien zu entkommen, wurden aufgegriffen und in Gefängnisse gesteckt. Für alle, die sich ein bisschen auskennen, jetzt insbesondere in Nordafrika, das erste Gefängnis war in Magniha. Und es ging dann von Gefängnis zu Gefängnis. Bis hinunter in den Süden Algeriens nach Tamanasset. Normalerweise könnte man diese Entfernung in drei Tagen überwinden. Aber wir wurden von Gefängnis zu Gefängnis gebracht, immer weiter in den Süden Algeriens. Und das hat etwa drei Monate gedauert. Und eine fois in Tamanasset in Syrien, wir kamen alle alle eine Nacht. Ich denke, wir waren immer noch ein paar Jahre. Das war in der großen Süden Algerien in Tamanasset. Und wir kamen alle alle eine Nacht und wir waren auf 150 Kilometer von der Frontier mit dem Mali. Und in Tamanasset gab es eine Art Auffang, Gefängnis, wo wieder tausende von Migranten zusammengebracht wurden. Und in einer Nacht hat man alle genommen und mitten in der Wüste einfach sich selbst überlassen. Und zwar 500 Kilometer von Mali und 200 Kilometer von Algerien entfernt, mitten im Nirgendwo. Und damals war in Mali, im Norden, ein Aufstand. Und da kamen also Journalisten, die die Rebellen damals interviewt haben. Und die haben auch von uns da natürlich Kenntnis erlangt. Sie haben uns gesehen und haben auch Fotos von uns verschickt. Und so wurde überhaupt bekannt, dass es uns gab. Es gab hunderte Tote, die einfach aus der Wüste nicht mehr herausgekommen sind. Es gab viele, die versucht haben, nach Kida und nach Gao zu kommen. Beides Städte in Mali. Und von da aus dann nach Bamako, der malischen Hauptstadt. Und uns beiden ist das gelungen Ende Juni 2006. Es ist diese Situation, die wir in den ganzen Jahren erlebt haben, die uns in der Mitte November 2006 gegründet hat. Und alles, was wir da erlebt und durchlitten haben, hat uns über diese mehreren Jahre hat uns dann dazu gebracht, Ende November 2006, unseren Verein, unsere Vereinigung ARAZEM zu gründen. Und damals hatten wir noch keine Ahnung, wie man einen Verein gründet. Ich bin dann nochmal zurück zur Schule. Ich habe mein Abitur gemacht und ich habe mich spezialisiert auf Transit-Migration. Und wir haben unsere Vereinigung gegründet, auch dank der vielen Partner, die uns unterstützen. Und wir haben zwei große Zentren in Bamako, wo wir Menschen unterbringen können. Und dort können wir 120 bis 150 Migranten pro Monat unterbringen. Dazu muss man wissen, dass die algerischen Autoritäten jeden Monat 700 bis 1000 Menschen ausweisen und an die malische Grenze bringen. Wir mussten damals mit meinem Bruder noch zu Fuß bis Bamako gehen. Heute ist das anders. Da ist das Internationale Komitee des Roten Kreuzes und das malische Rote Kreuz, die die Migranten in Gau in Empfang nehmen. Gau ist schon in Mali. Und von da aus werden sie dann von verschiedenen Unterstützungsgruppen und Vereinen in Empfang genommen und unterstützt begleitet. Wenn die Migranten zu uns kommen, dann können sie bei uns sieben bis zehn Tage bleiben. Wir haben Ärzte und wir haben auch Psychologen. Und wir haben auch Kleider, die wir zur Verfügung stellen können, denn die Menschen kommen mit zerrissenen, zerlumpen Kleidern bei uns an. Und Menschen, die zurückkehren wollen in ihr Herkunftsland, denen können wir auch helfen, freiwillig zurückzukehren, wenn sie es wünschen. Als wir begonnen haben mit unserer Arbeit, haben wir uns ausschließlich um Migranten gekümmert aus den Ländern Zentralafrikas. Das hat sich jetzt aber geändert seit vier Jahren. Es gibt inzwischen Vereinigungen, Vereine, Unterstützungsgruppen, die sich ausschließlich um malische Migranten und Flüchtlinge kümmern. Und es gab allerdings Menschen aus West-Afrika, Migranten aus West-Afrika, um die sich eigentlich niemand kümmerte und die von niemandem Unterstützung bekamen. Und ich berate also heute das zuständige Ministerium, was Transitmigration betrifft. Und wir haben es inzwischen auch geschafft, West-Afrika, Migranten mit in unser Programm aufzunehmen, ob jetzt aus Nigeria, Togo oder aus Cote d'Ivoire. Denn es gibt eigentlich in Mali keinerlei Programme zur Eingliederung oder Wiedereingliederung von Migranten. Ich möchte jetzt zu meinem zweiten Punkt kommen. Da geht es um Transitmigration und auch ganz besonders um die Rolle der Europäischen Union. Seit 2005 sind Algerien und Marokko eigentlich die Polizei der Europäischen Union. Und es ist einfach so, dass heute die europäische Grenze längs der algerischen und marokkanischen Grenzen verläuft. Und zwar muss man sich das so vorstellen, dass Menschen aus dem südlicheren Afrika kaum noch in diese Länder wirklich hineinkommen, von durchqueren, mal ganz zu schweigen. Und seit 2007 hat Frankreich mit verschiedenen afrikanischen Staaten diese berüchtigten Wiederaufnahmeverträge unterzeichnet. Und dies beinhaltet, dass ein afrikanischer Mensch, der nach Europa gelangt, in irgendein afrikanisches Land wieder zurück abgeschoben werden kann. Landet also ein Mensch aus Senegal in Frankreich und gibt es gerade ein Flugzeug nach Kamerun, wird er nach Kamerun geschickt? Denn Kamerun hat diese Verträge mit unterzeichnet. Und das hat dazu geführt, also auch was die entsprechende Politik in Algerien und Mali betrifft, dass Migranten in Ländern stranden, die nicht zurückgeschoben werden und in Ländern blockiert sind, die nicht die Iren sind, die nicht die Herkunftsländer sind. Und als Beispiel, 4.500 solcher Menschen sind in Bamako, gestrandet, blockiert, 7.000 in ganz Mali. Und diese Situation ist nicht mehr eine Situation des Transits, aber sie ist seit drei Jahren eine Situation des Blockages geworden. Sie nannte man eigentlich immer Transitmigration, was ja so diesen Begriff des Übergangsweisen provisorischen beinhaltet. Heute muss man aber wirklich von Blockiertheit und gestrandet sein reden. Denn diese Menschen können weder zurück nach Europa, noch zurück in ihre Herkunftsländer. Es ist auch so, dass die afrikanischen Länder von den europäischen dazu gehalten, genötigt wurden, diese Blocks zu gründen. Wie etwa die ECOWAS, Westafrika oder die SEMAK oder die entsprechenden Pendant für Nordafrika. Und wegen dieser Situation müsste jemand aus einem der beiden Republiken Kongos, der nach Bamako zurückgeschoben wird, sich in Bamako aufhält, all die vielen Visas bezahlen, für all die afrikanischen Transitländer, die er durchqueren müsste. Also sehr, sehr teuer. Denn wenn man von dieser Art von Migration redet, dann muss man schon davon ausgehen, dass diese Menschen auch über die Straße in ihre Länder zurückkehren. Denn die können nicht einfach ein Flugzeug nehmen. Und das bedeutet, man muss immer vier, fünf Länder durchqueren und teure Visas bezahlen, wo es in früheren Zeiten überhaupt keine Visa gab. Und das führt dazu, dass die Population von Migranten eigentlich zunimmt, immer größer wird in Bamako und die Bevölkerung ausländerfeindlich reagiert. Und das bringt uns jetzt zu dem dritten Aspekt meiner Präsentation, nämlich die Situation der Migranten, die in Bamako blockiert sind, und auch die Umstände, ihre Lebensumstände. Und zur Zeit ist es so, dass, wie man mir bei der letzten Sitzung im Ministerium sagte, der malische Staat überhaupt nicht die Mittel hat, sich um all diese Menschen zu kümmern, die zurückgeschoben werden nach Mali. Und dazu kommen ja dann noch die Migranten, die gar nicht malischer Herkunft sind und die noch zusätzlich auch in Bamako landen. Das bedeutet, dass die kleinen Vereinigungen, Unterstützergruppen wie die unsere, die einzigen sind, die überhaupt noch helfen können. Wir können sie einige Tage hindurch unterstützen, aber auch wir haben nicht die Möglichkeit, diese Menschen über Wochen oder länger zu unterstützen. Ja, und dann ist natürlich die Frage, was wird mit diesen Menschen, wenn sie bei uns einige Zeit untergebracht waren, sieben bis zehn Tage, und dann gibt es noch ähnliche Vereinigungen, wo sie auch noch kurze Zeit bleiben können, was wird dann? Sie enden, sie bleiben auf der Straße, sie landen auf der Straße. Oder auch in den Bahnhöfen übernachten, sie übernachten, oder nachts da, wo die Märkte tagsüber stattfinden, und sie übernachten, wie es eben irgendwie geht. Und sie tun alles, um zu überleben und um jeden Tag etwas zu essen zu finden. Das geht durch den Wohl, durch die Prostitution und durch alles, was Sie wissen können. Da gibt es Diebstahl, da gibt es Prostitution und vieles andere, was Sie sich sicher vorstellen können. Aber sie sind obligiert. Ich habe auch so wie das vor drei Monaten in der Straße gelebt, in der gleichen Dinge zu tun, aber das ist, weil wir die Situation heute sind. Ich selbst habe so gelebt, drei Monate lang. Und es ist einfach so, dass die Umstände uns dazu zwingen. Es gibt keinen anderen Weg. Und wenn Sie mit diesen Menschen reden, wollen 80% in ihre Herkunftsländer zurückkehren. 10% wollen weiterhin versuchen, nach Europa zu gelangen. 10% wollen in Bamako bleiben und etwas aufbauen, damit sie sich ihren Lebensunterhalt sichern können. Aber alle diese Möglichkeiten werden ad absurdum geführt. Es geht eigentlich gar nichts, denn Mali ist, wie Sie wissen, in einer extrem instabilen Situation. Und schon für die malische Bevölkerung ist das Überleben schwierig geworden. Ich will mit einem Zitat schließen, das ich schon bei einem Aufenthalt in Paris und bei einer Konferenz von Medizin du Monde zitiert habe. Ich musste einfach eine andere Perspektive entwickeln und auf andere Art ja auch humanitär aktiv werden. Denn die humanitären Programme, die es zurzeit gibt, die sind einfach auf die aktuelle Situation, die ich gerade geschildert habe, nicht anwendbar. Viele nicht-Regierungsorganisationen stellen sich darauf aber nicht ein, die bleiben einfach fest mit ihren ideologischen Scheuklappen in der Vergangenheit. Deshalb würde ich alle, die aktiv werden wollen in diesem Bereich, die unterstützen wollen, die helfen wollen, auffordern, erst mal Feldforschung zu betreiben in den kleinen lokalen Vereinigungen und Unterstützergruppen wie unserer. Ob es jetzt sich auf Asien bezieht oder auf Südamerika, Mittelamerika oder Afrika. Bevor Sie Programme machen, sollten Sie die Situation in den jeweiligen Ländern ganz genau studiert haben. Denn Programme müssen sich anpassen an veränderte Zeiten, ein unterschiedliches Klima und auch die Lebenssituation der Menschen. Und ich schließe mit einer Frage. Wer ist der Migrant? Vielen Dank. Ich hoffe,. Vielen Dank. Vielen Dank.